Ich freue mich Ihnen heute, drei neue Accessoire-Linien für das Hotelbadezimmer vorstellen zu können von Franke Water Systems. Wir haben hier drei neue Linien in verschiedenen Designs. Das modernistische Kubus-Design, das klassische Firmus-Design und das minimalistische Medius-Design. Das Besondere an diesen Accessoire-Linien, die jeweils aus zehn bis elf Produkten bestehen, ist, dass sie aus hochwertigem V2A hochglanzpoliertem Edelstahl sind und damit jedem Hotelbadezimmer eine sehr hochwertige Optik verleihen und sich gestalterisch gut in verschiedene Konzepte einfügen.